Wachsam, treu, mutig, willig, fleißig, wachsam aufs Haus, achtsam auf die Kinder. Das waren klassische Kinder. Alle haben es die letzte Klasse geschafft. Alle Letztklassen. Sie sind aufgenommen. Grüß die Hand. 600 Monatslohn, Kosten, Quartier und Wäsch. Ja, das ist schon Quartier, das wäre ja das geringste, aber die Kost, die war halt dort, wo ich gewesen bin, klassisch. Ja, bei mir muss auch keiner Hunger leiden. Suppen, Rindfleisch, Zuspeis und was drauf. Ja, war viel drauf. Und wegen einem Frühstück wollte ich noch fragen, dort habe ich halt immer einen Cappuccino gehabt. Cappuccino? Wenn er brav ist, dann soll er seinen Cappuccino haben. Klassisch Italienisch. Was haben Sie denn immer mit diesem dummen Wort? Klassisch. Ja, das Wort ist nicht dumm. Es wird nur dumm verwendet. Ich weiß nicht, wie man in zwei Minuten fünfzigmal dasselbe Wort sagen kann. Ja, das ist klassisch. Und was habe ich zu tun? Ja, was ein Bedienster eben zu tun hat. Und vorwiegend mich zu bedienen. Na, alles so grobe Arbeit. Ich hoffe, wir werden keinen Streit haben. Ja, das hoffe ich auch. Wollen wir gut mit, meine Herren? So werde ich bei Ihnen auch keine Ahnung machen. Kürz doch auf. Helf uns mal lieber beim Anziehen. Denn Schneider soll den Teufel holen. Hallo, ich bin ich. Das weiß der Welt ist vollendet. So bin ich. Also doch fertig, Herr Hopper. Übwert. Weißt du, der denn der Teufel holen solltet? Comment? Wie? Nur seine Redensart. Jetzt bin ich nur höflich da zu probieren. Ich weiß nicht. Etwas eng scheint mir. So war fisch. Natürlich. Ich weiß nicht. Unter den Armen schneidet er es dick ein. Und es wächst aber fisch. Ja, das tut weh. Und hinten, hinten? Hinten gehen die Schüssel zweit auseinander. Ja, so wie sie fuhrt. Ich weiß nicht. Ich würde beim Essen lernen meine ganzen Knöpfe aufbringen. Ich begreife nicht. Sie haben doch Maß genommen. Na, wie schaue ich auf? Na, ich darf's nicht holen. Wie schaue ich auf? An die Welt. Gibt's ein Sternbild? Das schützt her? Ja. Es schütze. Ah. Ich darf er bei Weitem nicht so geschmackvoll. Wie ist es, Herr Schütze? Klassisch. Ja, für heute ist es gut. Aber morgen müssen wir den Rock weitermachen. Ein Innibob muss eng sein. Aber ich ersticke. Macht nichts. Alles. Alles.